Ja moin, wir machen heute mit einer neuen Runde Uncharted 2. Und zwar... Ist du okay? Rauch! Rauch! Rauch weiter! Scheisse, Scheisse! Einmal wie nächstes... Hey! Komm da hoch! Ja! Komm da hoch! Komm da hoch! Komm da hoch! Komm da hoch! Das finde ich es krank. Mach! Ich sterbe zuvor. Stopp! Los, komm! In meine Hand! Knopf. Beklangt. Okay. Wir müssen die Türen öffnen. Na los, hilf mir mal. Vorsichtig. Genau hinter dir. Wir kommen näher. Zurück. Da ist Lazariewicz. Aufpassen! Augen auf! Wo ist Schäfer? Ich weiss nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Hm. Jetzt wird Scharfschützengewehr gleich mal gut. Ich sehe gar nichts. Wenn ich rein gehen würde, würde ich nicht schaue. Nicht schaue. Scharfschützengewehr. Ich schaue jetzt den... ...artigen Jungs. Ich habe das gesetzt. So nach dem... ...gross fein da drauschen. Ich empfehle mich noch mal. Ich habe diese Ahnung, für mich nicht ständig. Ich habe das Problem auf dich. Ich habe das Gefühl, es ist ein Mannzellner, was für mich. Ich meine, ich würde mich nicht schaue. Ich habe das Gefühl, ich kann mir das Problem sehen. in Deckung wundern sehr gut Gut, der Breit kommt, wenn man mit trifft. Die Hölle. Hm. Das gleiche. Wow. Wow, das zieht vorhin. Oh, wie fühlt sich das an? Nee, 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 nee. Boah, nur noch scharf zu schützen. Okay, hier lang. Ah, soll ich auch nehmen oder nicht? Das ist die Frage. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Dieser Tiger habe ich auch noch nicht genutzt. Ich kann dir auch mal nehmen. Sieben Schuss. Werden zu weisen? Nein! Ich habe einen Schatz gesehen blinken. Das sieht nicht so aus. Jetzt geht er in die Decke, wenn ich eine Rolle mache. Jetzt macht er ja all diese Scheisse. Okay, ich schaffe es. Okay. Los! Wie bei der Feuerleiter. Okay. Tritts mir runter, wenn du oben bist. Oh nein. Ich meinte nicht werflich. Warte, warte. Zurück, zurück, zurück. Extra Lieferung. Das klappt. Gute Idee. Okay. Geht doch. Au! Ha! Hältst du durch? Ja. Süß! Ja. Okay. Na geht doch. Du bist zuversichtlich. Ich will da nur möberen. Wir kommen näher. Okay. Hey, hey, hey. Halt dir die Augen offen. Okay. Halt den Kopf unten. Scheisse! Ich werde wartet bis er näher kommt. Und es wird nötig. Jetzt habe ich das oben gemacht. Wass blöd ist das? Ich habe keinen Knall überlangen. Da habe ich dir los. Ich schaff die Augen zu mir. Das war kein Knall. Die Augen zu mir. Ich habe keinen Knall. Ah, scharf ist jetzt schon wieder Ja, Nass gemacht, Fennach! Zwei Schuss sind nicht So gefällt mir das Nein, ich wollte Schrott, weil wir dir das Scheissschild lassen Was ist denn hier massig? Das ist eine Rotpistole, ich könnte die etwas mehr einsetzen Hier hat es jetzt wieder Desert Eagle Der wäre schon ausser nicht gehabt, wäre es nur 9 Irgendein Schätzchen, wenn wir mal wieder machen Das ist nur eine Waffe Das ist schon der Auf dem Boden glitscht Komm schon, wir nach! In welche Richtung gekommen sind Jetzt rein Das ist für nichts Wer bringt da nicht Hm Hm Ich will hier kurz Auch nichts Oh Da oben Da halten sie bestimmt Schäfer fest Mist smart runter so because ich gehe in die 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 ich gehe in que zu die die nicht Okay, we're gonna have to do this. Ich habe einen Wettbewerb mit, wenn ich ihn nicht mehr schraue. Fisch. Fisch. Ich habe das gleiche Schiff eingesammelt. Das finde ich mega geil. Ich finde immer diese Waffe, wo ich dort nicht... Das ist ein Fäuste. Das ist ein Fäuste. Das ist ein Fäuste. Oh. Das ist ein Fäuste. Okay, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, los. Wir bringen sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben sie sie gefunden? Die Expedition. Ja, das habe ich. Verstehen sie, was ich tun musste? Ja. Hätten sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halt sie ihn auf. Halt sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht, nicht, nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shamballa. Holen sie den Dolch zurück. Finden sie den Weg. und vernichten sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hade. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. So. Der Hof. Oh. Das gesagt wird er noch. Nach Griffen aus. Und an einem Seil. Gut, das ist wahrscheinlich, wenn man will. Schätzen. Oder ich glaube, zum Teil schon. Gesäuert. Vorher komme ich doch nicht an einem Seil her. Ich denke, es ist hier falsch. Ich denke, es ist hier falsch. Nichts. In die Richtung. In die. Da nochmal. Ja. Nein. Schrei! Wie machst du das, dass das Seil die Richtung ändert? So, jetzt geht es auf einmal. Komisch. Jene. Was ist das schon gewesen? Wie ist das alles? Okay. Hier geht es auf einmal nicht rein. Hier kann ich gar nicht durch. Aber hier links um, glaube ich, oder hier unten durch. 2. Zeit. 1. 1. 2. 2. Ja. Nein. Nein. Da vorne ist der Eingang. Wir müssen zuerst dorthin, oder? Die Frage ist, wo genau erlebe ich das, wenn ich da direkt springe? Ich schiebe da nicht, oder? Von hier. Okay. Jetzt von hier. Nein. Nein. Achtung! Besser. Ich greife die jetzt auch. Besser. 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 Autsch. Schön. Ah ja, das ist manchmal ein Frust. Nein, jetzt muss ich rum. Auge offen halten. Noch besser. Du bist der Feig. Besser. So, da haben wir uns jetzt. Mist. Besser. Aha. Dort sind wir unten dran, hier ist schon zweimal in der Moment gleiche Germ. Jetzt reicht's mir. Auge offen halten! Da ist er! Hey! Ich weiß nicht, ob ich die andere probiere. So ist hier noch ein Position. So anwechseln. Jetzt kann man sie schon. Jetzt kann man sie schon. Weg und wieder killt sie mich. Wo er auch fast tot hat. Ah! Ah! Das Gleiche ist ein Skritte. Hey, krass! Fuck you! Nein! So gefällt mir das. Boah! Dann steht er genau um die Ecke. Boah, ist das eine bissige Stelle. Ganz ruhige Stelle. Aber ich müsste es gleich probieren. Ah, mit diesen Granaten. Oh! Für çok! Und ... Keine Spiel. Durch den Kur'n. Nein! Dann kommen wir jetzt mal raus. Also ganz ruhig. Beidee ihr das? Das war zu einfach eigentlich. Ich habe nachher gerade einen Granatwerfer mit mir. So was, ja. Welche Nachrichten? Nein, jetzt bin ich auch noch hinter mir her. Vielleicht habe ich dich mit dem Granatwerfer gekillt. Wo ist echt einer? Es ist sicher noch einer verpasst. Oh, das lassen wir. Fünf Schuss. Nein! Verdammt, falscher Knopf. Da ist noch einer. Die griefen jetzt da gerade. Die griefen jetzt da. Was ist denn da? Das ist doch eine Kräfte. 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 Ich habe zum Glück eine Granate gefunden. Nein, zwei von diesen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das kann ich nicht sehen. Ich glaube es ist nicht. Ich glaube es ist nicht. Ich glaube es ist nicht. Okay. Ich glaube es nicht. Ich glaube es ist nicht. Ich glaube es ist nicht. Wann kommen wir die weg? So gefällt mir das. Das bringt ein Pony mehr. Ich brauche noch eine ständige Waffe, die ich mitnehmen kann. Ich könnte aber leicht schnell schauen, ob ich etwas finde. Ja. Jetzt muss ich hier hoch. Ja. Bei denen hat es zu viel. Da würde ich sicher noch von den Monstern angegriffen. Von der Wette. Hm. Hm. Ich brauche etwas. In der Wette. Ungerecht. Keinеру. Und das tut mir ja wiederum nichts. Wir sind bei Panzerfaustzahlen nicht gescheitert. Irgendwie muss ich hier raufkommen. Irgendwo muss man raufkommen. Ist doch dort vorne irgendwie rauf. Einfach am Rand nach klettern können. Ich weiß es natürlich nicht. Hier rauf komme ich sicher nicht. Schede und etwas übersehen. Geschafft. Ja genau. Geschafft. Dort oben. Vielleicht kann ich ja hier. Hier oben. Birgit. Outsch. Das ist ja... Nicht verzweifeln. Was machen wir jetzt? Hey, wir haben eine Hilfe. Da, hier. Auch eine Auf. Nein, nein, der musste sich an dieser Kante halten. Nein, zum Teil ist es echt übel. Hier unten kommen wir natürlich nicht rauf. Das war schon klar. Von hier komme ich hier nicht direkt. Aber ja, die weissen Kante wollte springen. Und er springt einfach danach. Es gibt so Momente, wo die Steuerung nicht wirklich so geht, wie es sollte. Hier geben wir doch Tipps, ja. Von hier, so da dran kommen. Jetzt geht's. Schwuren schräg. So. Jetzt kommt gegen die Sondiere. Ist das eine Schatzerdecke? Ja, wie kommst du zu dem? Jetzt muss ich mich hier abgeschießen. Jetzt muss ich mich hier abgeschießen. Ja. Ja. Mach das. Was? Shit. Jetzt. Jetzt hätte ich doch die Raketen-Panzer-Faust-Zellen mit mir. Mit dem noch offen ich habe, kann ich da nicht mehr... Ah. Ah, du. Ah. Sie brauchen Verstärkung. Schickt Verstärkung. Euch nicht. Ruhig. Verdammt! Sie sind alle tot! Diese Dinger haben Sie zerfetzt. Sie sind Döllern. Was sind das für Dinger? Ohne diese Dinger sind. Irgendwas ist die Dinger. Ist ja bei mir nichts nützlich? Ich gehe mal nicht hier runter. Dann kann ich hier wieder hoch. Es blinkt aber nichts. Nicht Ich nehme die Schammer auch weiter. Bringt euch da etwas? Auch nicht. Ähm, hier? Endlich! Der Turm! Ich habe deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe... Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe... euch den Dolch besorgt. Also... Wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran. Wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tour vermasseln. Ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Rake ist dir immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. Jetzt kommt er selber noch, Regelsir. Ich... Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib... du hier. Vielleicht findest du was raus. Okay. Denk nach, Chloe. Denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Wir werden gleich wiederkommen. Chloe, zwing mich nicht, dir wie zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Du mir eingefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Irgendetwas. So. So, kommen wir zum richtigen Symbol. So. Das Oog-Ding hat es nicht, aber... Diese Tiere finde ich nicht auf dem Ding. So. Kann ich das zeigen können? Das Geilsbüchchen. Verschädeln. Das sehe ich hier. Hm. Hm, hm, hm. Hat bestimmt was mit den Schnitzereien zu tun. Äh, die Grafikfehler. Okay. Was ist das mit den Schnitzereien zu tun hat? Aber ich weiss gar nicht wie man die manipulieren kann. Ich sehe da nichts. Nichts. Ich konnte niemanden raufklettern. Ja, da habe ich nicht. Das ist eine große Vorstellung. Das ist auch, wenn ich in mir bin. Das ist der Einstieg. Okay, das ist die Erste. Die Erste, dass wir das heute gewinnen haben. Ich denke, die Erde zu haben. So können wir hier etwas auslösen können. Das ist jetzt ein Säckchen. Bestimmt kann ich dich bewegen. Ah. Ok, das ist ein Viereck. Das heisst... Ah, was erkenne ich? Ich habe da keine Einträge dazu. Warte mal, wenn man das Muster anschaut vielleicht. Das Muster. Aber wo finde ich ein Muster? Hm. Ja. Passt der Kreis. Das ist doch irgendwo etwas zu erkennen sein. Aber ich finde es nicht. Ich habe verschiedene Muster im Rahmen. Auch nicht. Vorne. Ist auch alles. Ah, das ist am falschen Platz. Verdammt. Dann probiere ich einfach aus. Dann sehe ich dann wahrscheinlich, auf was ich schauen müsste. Okay. Okay. Was jetzt? Ah, was erkennst du das? Ah, was erkennst du das? Ah, was erkennst du das? Wo ist der Kreis? Wo ist der Kreis? Irgendwo ist das Muster erkennbar. Irgendwie habe ich mehr Glück. ああ. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Es ist doch hier oben. Ich bin da. Echt stimmen die? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht so viel alle in die Richtung legen. Ich habe das Gefühl, dass das funktioniert. Also, das sollte gehen? Oh nein, noch mehr?